So Freunde der gleichen Unterhaltung und weiter geht's mit Herr God of War Ragnarok. Und jetzt geht's auch dementsprechend weiter mit der Hauptstorby. Bin bereit zu Sindri zurückkehren. Oh, da ist ja auch noch die Nebenquest vom Eichhörnchen. Von dem ich mir nie den Namen werde merken können. Er hat Ahirs brennenden Ozean überquert bis ins Herz der stillen Matrone, nur um sie zu finden. Es hat ihn seine ganze Mannschaft gekostet, aber wenn man ihm glauben darf, war sie all das Blut mehr als wert. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was das wir mit der Maske. So. Hallo, 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 Fried. Ich bleibe im Eichhörnchen, ne? Äh. Achso. Fünf von sechs Lindwürmern, okay. Und er hat schon wieder was Neues für uns. Na doll. Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den Neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig. Dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und, äh, bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, keine Wahl. Ja, natürlich. Was hättest du auch sonst tun können? Das wäre ein ganz harmloser Scherz, wenn Fimbulwinter sie nicht von ihrer Rückkehr abhalten würde. Und jetzt sind sie verstreut und niemand weiß wo. Das war's wert. Und, hast du diese Lindwürmer gefunden? Hm. Dann bleib doch mal ruhig hier. Wir haben offenbar eine weitere deiner emotionalen Erscheinungen getroffen. War allerdings zu nervös, um sich vorzustellen. Ah, das war wohl Sorge. Oh nein, warum redet ihr über mich? Was hab ich getan? Oh, du hättest ihr Geläster hören sollen. Schadenlos. Was? Oh je, oh je. Was? Wir haben nicht gelästert. Schäm dich, Bitterkeit. Bist du sicher? Ja, Sorge. In diesem Gespräch gab es keine Schmähungen. Ich habe dich lediglich unseren Abenteurerfreunden hier vorgestellt. Ah, Leute! So, da wären wir. Hm. Okay, schön, dass wir das geklärt haben. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Aber wahrscheinlich hat das Spiel da nicht gespeichert. Sieht zumindest so aus. So, dann mal wieder rein in die Hütte. Okay. Ich bin wieder da. Hey, hey! Du hast's geschafft! Ich hole Tiert. Komm zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Seht ihr? Ich sagte, doch der Schlüssel bringt den Hand. Wegen einem Schlag, einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine Mal hat Lunda ein Brustschild aus Hunden. Hm, okay. Hier gibt's nichts Neues, wie's aussieht. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass dieses Ding dem Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen. Wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast, hast du einfach nur Odins größten Schatz gestohlen. Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Niemand... Stellt euch nicht so an. Nicht mal hier. Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Dyatla-Horn und führen Odin seiner Strafe zu. Jetzt. Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Wir brauchen Odin für die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst. Direkt vor seiner Nase. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, solange es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen Hinterlepp krankst. Bitte. Okay. Denkt einfach mal darüber nach. Hm. Tieresplan überdenken. Ja, gerne doch. Bin ich ja auch nicht abgeneigt. Aber wie und überhaupt und wann und ne? Schauen wir mal. Kratos. Was meinst du? Diese Maske. Die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich. Abkürzungen haben ihren Preis. Atreus. Du hast sie getragen. Was meinst du? Sie ist eine Chance. Schlimmstenfalls nutzen wir sie als Köder für Odin. Bestenfalls, wenn sie wirklich alle Antworten hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Und niemand muss sterben. Toll. Jetzt brauchen wir nur einen Weg nach Asgard. Ich weiß, dass ich eine Bürde gewesen bin. Ich weiß, ihr habt euch gefragt, warum ihr mich aus diesem Loch geholt habt. So wie ich. Jetzt weiß ich es. Hierfür werde ich gebraucht. Das ist meine Bestimmung. Ein letztes Mal nehme ich meinen Speer und ich führe uns nach Asgard. Verzeihung. Aber wenn du einen Weg nach Asgard weißt, wo genau war denn diese Idee die ganze verdammte Zeit? Das ist eine ziemlich vernünftige Frage. Du hast Asgard geschützt. Du hättest uns alle umgebracht. Und wir mussten Loki Zeit geben, sein Schicksal zu finden. Hier ist es. Alles führte genau hierher. Wenn wir wirklich reinkommen, dann hole ich mir Odin. Ich halte dich nicht auf. Wir können beides. Ganz richtig. Wenn uns die Maske keinen Ausweg bietet, dann wenigstens einen kleinen Vorteil. Nichts dagegen? Dann lasst uns gehen. Und zwar schnell. Bevor er weiß, dass wir kommen. Er hasst Überraschungen. Ganz langsam, du elender Baum. Ich will immer noch die Details hören über diesen, äh, neuen Weg nach Asgard von dir. Spuck's aus! Ein uralter Pfad. Von hier erreichen wir ihn nicht. Wo dann? Ich hol nur meine Sachen. Dann zeig ich's dir. Du hast keine Sachen. Und wohin willst du mit dieser Maske? Das Ding gehört dem Jungen. Er hat's verdient. Du hast nichts gemacht als halbwegs essbare Suppe. Brock, ist schon gut. Ist es nicht. Die Sache stinkt. All diese Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie? Dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey! Ich rede mit dir! Hältst du jemals den Mund? Ausgerechnet. Odin. Lass den Jungen gehen und stell dich mir. Dein Bruder soll mir die Maske geben, dann bin ich dabei. Stehen. Feier? Wenn er stirbt. Na, na. Das war nicht der Teil des Plans. Aber wenn er stirbt, sind wir quitt wegen Heimdall. Und ganz ehrlich, da hab ich draufgelegt. Ich werde dich töten. Verlass dich drauf. Schön, wieder Zeit mit dir zu verbringen. Freya, bitte. Ah, ah, ah. Du kannst nicht an zwei Augen zugleich sein, Frick. Hey! Ich halt still und ihr auch. Tut nichts, was ihr noch bereut. Ich bereue viele Dinge. Dich zu töten wird nicht dazugehören. Jetzt lass sie los! Ich hab die Kontrolle, hier! Her mit der Maske! Los! Matthias! Matthias! Zu schade, Junge. Wir führen wohl doch einen Krieg. Ja! Bitte, du musst ihn retten. Du musst es. Geh nicht. Geh nicht. Vielleicht, wenn ich zum See zurückgehe. Lass es. Ich weiß, was du getan hast. Und ich vergebe dir. Aber du musst aufhören. Du musst loslassen. Du musst ihn. Die ganze Zeit? Also, was machen wir jetzt? Jetzt. Jetzt töten wir Odin. Und jeden, der uns aufhalten will. Matthias. Komm. Was? Wohin? Das spielt keine Rolle. Wo geht ihr hin? Wir sind raus. Du kannst nicht davor weglaufen, Kratos. Odin wird nicht aufhören, bis wir ihn aufhalten. Wir brauchen dich hier. Hm. Okay. Abreisen. Na gut. Das wird ja wahrscheinlich nicht so einfach werden, denke ich mal. Ach so. Okay. Ich kann die Kamera nicht drehen. Gehen wir hin. Aha. Ich bin noch nicht sicher, ob er das ernst meint. Oder nur irgendwie auch als Vorwand. Ne? Hm. Damit keiner seinen wirklichen Plan rauskriegt oder sowas. Vater, können wir... Ich... Ich möchte jagen gehen. Ich folge dir. Wir sind bei dir, Atreus. Was jagen wir? Hirsche. In welche Richtung gehen wir? Hm. Richtung der Hirsche? Hm. Okay. Die Frage ist jetzt ja auch, wo sind Angroboda und Fenrir? Äh. Ach so. Hier, du, ich. Na, den. Hm. Ja, das ist ja echt ein starkes Stück. Aber wenn... Jetzt auch die Frage, wenn Thir die ganze Zeit eigentlich Odin war. Ne? Ob jetzt Odin verwandelt oder Odin hat sich aufgespalten, wie auch immer das vonstatten geht. Sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ne? Dann kann doch die Prophezeiung eigentlich auch nicht zutreffen, weil Thirin sollte doch die Armee anführen oder nicht. Bei Ragnarök. Er braucht nur Abstand. Hier. Spuren. Wir führen da entlang. Atreus. Gewalt verändert uns. Ihre Auswirkungen zu spüren ist keine Schwäche. Wir alle spüren die Auswirkungen. Die Richtung stimmt. Mhm. Dort sind zerbrochene Zweige. Los. Na, den. Ich seh's ständig vor mir. Das Messer. Rock. Sindris Gesicht. So. Wo ist der? Hä? Wo? Da. Elbogen hoch. Präzision vor Tempo. L2 gedrückt und drücken sie R. Hm. Wieso? Jetzt läuft er weg. Und wir auch. Ich... verstehe nicht. Ist ein Tier verwundet? Muss es die Blutung stoppen? Oder es stirbt? Wir wurden verwundet. Und das... ist eine Ablenkung. Es ist meine Schuld. Nein. Nein. Wir sollten zu Sindri. Ich hab's nur eine Ahnung, wo er sein könnte. Gut. Okay. Dann suchen wir jetzt Sindri. Hä? Ich muss mir überlegen, was ich zu ihm sagen will. Natürlich. Hm. Ich glaube, das ist auch so eine Situation. Da kann man noch so viel überlegen. Wo ich auch hinschau. Ich habe meine Fehler erinnert. Unsere Taten haben Folgen. Daran erinnert zu werden. Ist keine Strafe. Scheint aber so. Gut. Hm. 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 Wo geht's jetzt wohl hin, ist die Frage. Wenn ich doch nur... Die Täuschung durchschaut hättest, die keiner von uns sah. Einen unvorhersehbaren Angriff gestoppt hättest. Es gibt kein Wenn, Atreus. Dein Vater hat recht. Einige Dinge können selbst Götter nicht kontrollieren. Das ist wohl wahr. Aber wie gesagt. Er muss ja eigentlich die ganze Zeit über Tiere gewesen sein, ne? Auch als wir ihn schon befreit haben. Kommt. Und du? Ja, ich kann ja nicht aufsteigen. Oder muss ich erst das Tor aufmachen? Oder was ist jetzt Phase? Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Erst das Tor aufmachen. So. Aha. Wie komm ich da hin? Warte, ja gut. Einfach dem Weg folgen. Aha. Logischerweise. Wie mehr. Hm. Könnten wir Brock irgendwie zurückbringen? Und wie hat das einmal geschafft? Vielleicht finden wir einen Weg, es wiederzutun. Ich fürchte nicht, mein Junge. Wenn eine Seele ihre Phildia, ihre Richtung verliert, so wie Brocks die physische Gestalt verlässt, dann erreicht sie den Seelen selig. Er ist nicht nur tot. Ihm wurde das Jenseits verwehrt. Da ist nichts zum Zurückholen. Er ist wirklich weg. Ach, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Das hört sich hart an. So, See der Nollen. Da sind wir. Ja. 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 Ich habe es versucht. Ja, sie folgen dir überall hin. Egal, wo du hingehst, Junge. Wenn du segeln willst, dann mit einem klaren Ziel. Äh. Der Aufzug am Ende der Brücke sollte noch funktionieren. Dann können wir hoch zum Tempel. Mhm. Okay. Dann wollen wir mal. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Okay. Ja, also der Weg kommt mir noch bekannt vor. Aus dem ersten Teil. Oder bin ich den hier im Ragnarök auch schon mal gelaufen? Boah, ich weiß es gar nicht. Erstmal ist hier eine Truhe. Mit Hacksilber. So. Dann schauen wir mal. Oh ja, da sind sie. Sindri. Sindri, es... Es tut mir so leid. Nein. Nein, ich will es nicht hören. Du weißt nicht, was leid ist. Odin wird damit nicht davon kommen. Meinst du den Odin, den ihr in mein Heim brachtet? Er hielt uns zum Narren. Aber mancher von uns waren die größten Narren. Nicht wahr? Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. Und was habe ich jetzt noch? Nicht einmal meine Familie. Du willst leiden. So sieht echtes Leid aus. Ich... Was können wir tun? Wir. Wir. Es gibt kein Wir. Es gibt nur euch. Koste es, was es wolle. Was ihr tun könnt. Ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Komm, Matthäus. Lassen wir ihn. Trauere, wie du wünschst. Ich dachte, wir wären auch Familie. Waren wir. Nach Hause kehren. Zurückkehren. Und auf den Krieg vorbereiten. Na toll. Da habe ich jetzt ja immer gar nicht so viel Bock drauf. Oder? Nein. Aber mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe. Das ist nicht, was uns antreibt. Sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Da ist ja auch noch eine Kiste. Mensch. Gut. Wenn wir zurückkommen. Zehn. Wir ziehen wirklich in den Krieg. Soweit ist es gekommen. Ja. Als wir wieder in Svartelf hängen waren. Und nach Tede suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Das war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Wir haben Sinri wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von... Naja, so ziemlich allem abzulenken. Hm. Ja. Könnte helfen. Aber... Gucken wir mal. Ich glaube, ich werde einfach mit der Hauptquise weitermachen. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr logischerweise in der nächsten Folge. Gästeig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020